recht herzlich willkommen zur 41 folge von towns die zweite staffel wir sind hier dabei jetzt den händler seine 74 dreckstücke zu geben und ja insgesamt wollen wir halt mehr happiness kriegen dafür habe ich schon ein bisschen deko angelegt wieder ein zweiter ding ins gekommen ja hält und so das was ich jetzt gesehen habe ist noch nicht gebaut worden das wenigste hier ist ein bisschen dran dafür jetzt ganz die sind voll beschäftigt hier mit dem dreck holen ja immer so eine schöne geschichte nach der held steht da drinnen und erholt sich oder so keine ahnung 59 mal direkt nach essen ist glaube ein bisschen knapp momentan kann man gerade rein gucken ja aber äpfel und bieren sind da und wir haben neue leute gekriegt wow das heißt wir mussten happiness von 22 gehabt haben gut okay ja da müssen wir gleich rein und die müssen erstmal angekleidet werden ja die wollen sich gleich hier was das ist auch gut so da läuft noch zwei laufen noch zwei sind irgendwie nach oben gegangen und da ist nicht zu glauben die gehen sofort dahin was wollen die da so schöne keine ahnung warum die da oben hin müssten ja die haben sich das hier wollen wollen oder was ja der held kam jetzt etwas zu spät na ja da werden wir dahin kommen das wird ja nicht das problem sein zehn haben wir 24 brauche gut was macht der händler 41 haben wir so viele noch hier liegen überhaupt ich will es hoffen ne sonst müssen wir gleich hier noch was abgraben aber so so stellt sich nur die frage wo die alle sind wir haben ja zwölf leute und ich sehe nicht so viele aber hier nicht sondern da ist das lager für äpfel und bieren aber das wird auch nicht benutzt so der ist erst ein apfel okay 33 das geht schon zwei leute sind da mit beschäftigt hier unten lief noch ein dritter lang vielleicht ist das auch ein vierter aber naja wird schon passen zwölf und 24 der tisch fehlt noch decorativ chest auch gut jetzt sollten wir so eine arena noch mal bauen aber irgendwie kommt es mir vor als ob es das nicht so wirklich bringt das ist gerade 14 16 17 steigt jetzt geht es nicht mehr hoch sie da müsste mal gerade paar sachen anziehen finde ich haben alle was an das wurde getäuscht so 16 da wollen sich welche was zu essen und wenn es im essens raum sind steigt so ein gehörer 16 ja 17 sogar weil da sind ja tisch und stühle so und der vogelkäfig ja im essenssaal das macht wohl was aus 19 sogar guck an jetzt fällt es wieder ok 18 die hafen können dann noch weggebracht werden aber macht gerade keiner war ich glaube da müsste auch eine hin wie viel dreck muss man dann noch weg bringen 5 ok 4 3 dann kommt schon händler 2 1 und tschüss gut haben wir los oh die holen noch was tja leider ist es schon weg ja der baut dann woanders da was mit so wie das aussieht wo läuft denn damit hin da ist hingelegt auch interessant ne naja was soll's hier ist ein käfig in der küche gelandet drei hafen und der andere käfig wäre auch noch schön wenn die da hinkämen oh happiness ist 26 wunderbar steigt wieder vier leute dazubekommen nicht schlecht so ich mach mal ganz einfach das 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 und das auch wie ich hatte doch gerade einen händler oder kommt schon wieder einer so hätten es hier oben am wühlen wir können mal gerade hier ernten im sumpf happiness 12 die karawane ist da gehe ich mal von aus rüstungsteiler der teure rüstungsteiler wahrscheinlich was will er haben tja hatte ich darüber denn schon gut da war richtig geld ein bisschen gut so fest die sind immer gut hier nehmen wir so ein paar hemdchen oder und das noch und das auch noch tauschen liegt auch schon was schön wenn unsere neue ankündige licht gleich was vernünftiges anziehen ja ja happiness 12 gut nirgendwo was vernünftiges aufstehen hier ist eine hafe da ist ein vogelkäfig kommen aber mehr oder nicht hier müsste noch was hin haben wir noch was was wir da noch reinstellen könnten wo sie sich dran erfreuen könnten die uhr geht da nicht die geht nur in wohnräumen okay da ist irgendwas ausgewählt okay dann lassen wir das erst machen wir da noch ein blümchen hin so happiness ist ganz schlecht die sind wer weiß wo am rumlaufen tja da wird wieder gegessen wie sieht es überhaupt mit essen aus keine brote da aber hier radieschen blaue radieschen eine banane vier äpfel 42 bieren ansonsten sieht es mager aus können mal den bauauftrag für das dach da weitermachen noch nochmal wieder ein raum zu was kriegt der händler noch alles nicht mehr viel zwei sachen noch okay zehn ist die happiness ja 11 hier draußen da müsste jetzt hier mehr sachen deko sein weil ja so viel am ernten sind aber die macht gerade keiner jetzt stellt sie mir gerade auch die frage ob sie da überhaupt machen können oder ob denen da nicht was fehlt red flowers gerade red flowers yellow flowers da auch noch machen sie auch schön dann können sie eigentlich bauen aber das wollen sie glaube auch nicht so wirklich den sieht man jetzt gar nicht counter n da ist im rot eingekommen sich schon wieder eine rausgeholt Da sind noch drei Brote drin. Was ist denn hier zum Managen? Auch nichts drin. Okay, das was müssen wir noch genehmigen. Apple Pie und Peer Pie machen wir da rein. Oh, da wurde tatsächlich eine Blume gebaut. Und da auch. Wunderbar. Sonst noch was? Statuen. Zwei. Wenigstens. ist aber noch neun. Rote sechs. Warte mal, hier hinter ist auch noch was. Das Managen auch mal gucken mal rein. Ist nichts ausgewählt. Und da auch nicht. Ah, da sollen Birnen rein. Sind sogar irgendwie drei unterwegs noch möglich. Happiness. Elf. Hm. Da ist eine Kerze hingekommen. Cool. Happiness 10. Ja, da ist auch ne Statue hingekommen. Jetzt geht's voran mit den Sachen. Hier sind noch drei Sachen, die könnte man bestimmt irgendwo hinstellen. Aber naja. Gut. Ich würde erstmal sagen, für die Folge soll's wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.